willkommen zu deiner extra folge von clash of clans und heute schreibe ein bisschen weil ich Lust habe ein bisschen über überrede dich nicht wirklich zu merken wie ich bin weil meine andere Sachen vorgefallen sind und ich hoffe eine Sache warte und auf die wir jetzt nicht warten können und weil ich zu reden zu tun habe und jetzt einfach mal ein bisschen gewascheln und aus weil gerade ein bisschen komisch was passiert ist so mal sehen, irgendwie finden wir jedes mal jemanden so viel jemand will heute niemanden finden was habe ich heute gemo- mhm wurde da drungen gerät und über waschmittel denke gar nicht, vielleicht schaffst aber keiner bei der königin mit sprung zauber in die mitte rein weil könne der hübsblatt day van na und ein paar krieger ich bin batman ich bin Interesse 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 Entreden mit dem Mundrikot sonst nichts die Suche ist auch Hä? mhm 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 hat man nicht fragt, einfach hat jemand mhm 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 endlich die nächste Wache abreden. Wieso schreibt das denn so komisch? Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch voll geil. Komisch aber. Nein, ey. Ach, so'n Dreck. Voll ihr jetzt. Wir sind wütende. Wir sind's. Wütende, mittelstalllose und selbstvergessene Barbaren. Völklin und unersprochen greifen wir mit der selten Gewalt eines Feuersturms an. Wir sind's. 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 bist du jetzt dummes kind hallo zusammen glücklich alles klar loskommen rein ich bin glücklich was ist jetzt im sport so wen gibt es denn da als erstes nur bundesliga so leute das war es denn schlechte folge die schlechteste folge aber wenn ihr das aussieht gibt es dislikes ohne ende auf dieses video würde nun schon zack schlechtes folge ever schreibe ich auch rein